Ich lerne Deutsch. Nummer 10124 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Entwickle eine positive Beziehung zu Geld. Lerne damit sinnvoll umzugehen, um finanzielle Stabilität zu erreichen. Ich kann den Kundinnen und Kunden helfen, das für sie am besten geeignete Produkt zu finden. Ich strahle innere Ruhe und Gelassenheit aus. Ich strahle innere Ruhe und Gelassenheit aus. Es ist kein Glas in Reichweite. Deshalb trinke ich das Wasser aus der hohlen Hand. Es ist kein Glas in Reichweite. Deshalb trinke ich das Wasser aus der hohlen Hand. Es ist kein Glas in Reichweite. Digitale Bildung kann dazu beitragen, Bildung für alle zugänglicher und individueller zu gestalten. Digitale Bildung kann dazu beitragen, Bildung für alle zugänglicher und individueller zu gestalten. Während des Urlaubs bummeln wir zusammen durch die Stadt. Während des Urlaubs bummeln wir zusammen durch die Stadt. Weil ich demnächst ein Café eröffnen möchte, schreibe ich einen Businessplan. Weil ich demnächst ein Café eröffnen möchte, schreibe ich einen Businessplan. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann schreibe ich den Kanal zu abonnieren. 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 Vielen Dank.